Leute, seit Ewigkeiten ist bekannt, dass Lifeline demnächst ein fettes Rework, ähnlich wie Revenant mit seinem Reborn Update bekommen soll. Es gibt auch das Gerücht, dass in Season 22 Lifeline schon kommen könnte mit dem Rework. Ich habe jetzt sämtliche Fähigkeiten für euch, ich habe Gameplays, wie es theoretisch aussehen könnte und ich habe die neuen Perks. Die Perks müssen logischerweise angepasst werden, weil die ultimative Fähigkeit ist komplett überarbeitet. Passive Fähigkeit ändert sich was, da dachte ich erst die alte Passive, das Revival mit der Drohne fällt weg, aber nein, das bleibt, es kommt was Neues hinzu und das wird richtig, richtig geil. Ich glaube, wenn sie wirklich so kommt, wird Lifeline eine extrem starke Legende, mit der man auch gut Fights pushen kann. Man bekommt Movement für Lifeline, sie wird dann eine Allrounder-Legende werden, kann man fast sagen. Sie wird extrem stark fürs Team werden und ich glaube auch mit diesen Fähigkeiten wird sie relevanter für die Global Series und allgemein rankt logischerweise auch. Wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, in Season 22 könnte sie schon kommen, falls ich das jetzt noch gar nicht erwähnt habe, denn es kommt in Season 22 die neue District Map, aber keine neue Legende. Es könnte sein, dass im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte dann nicht nur die Map steht, sondern das Rework oder das Revived Rework von Lifeline mit einer fetten Story, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und in Season 23 kommt dann wahrscheinlich die nächste Legende, weil es macht keinen Sinn, eine neue Legende in Season 23 zu bringen und dann auch noch Lifeline Revived. Weil es ist klar, in Season 22 gibt es keine neue Legende und ich glaube nicht, dass die nächste Legende bis Season 24 auf sich warten lässt. Artemis ist die neue Legende, wer davon noch nichts gehört hat, das ist die Mutter von Vantage und so lange wird es nicht dauern. Und deswegen glaube ich eher auf, ähm, nicht auf, an Season 22, dass da schon das Lifeline Revived Rework kommen soll. Wir fangen jetzt einfach mal an, die neue passive Fähigkeit. Achtung, die alte soll bleiben, das Reviven der Teammate soll bleiben. Zusätzlich soll sie aber in der Luft gleiten können. Und das kennen wir schon aus einem Trailer. Das hier ist aus der R5 Reloaded Modded Version von Apex Legends. Da haben sich einige die Mühe gemacht. Hier seht ihr es aus dem alten Trailer. Der ist schon ein paar Monate her und wir sehen, dass sie das theoretisch kann. Also macht es auch nur Sinn für das Rework, dass das so kommen könnte. Wie gesagt, es ist geleakt, nicht bestätigt, aber ich glaube fest daran, dass es genauso passieren wird. Da gibt es dann auch noch einen Perk dazu, der die Weite des Gleitens verlängert und so weiter und so fort. Die Dock Drone ist das nächste. Kennt man aus der mobilen Version. Die Drohne kann dich verfolgen und das soll dann auch in dem Revived Rework möglich sein. Das finde ich eine richtig starke Geschichte, dass das gehen soll. Wie das nachher funktioniert, wenn wir dann, was weiß ich, zwei, drei Teammates zeitgleich mit der Drohne heilen. Und jemand macht sich aus dem Staub. Jemand läuft einfach weg. Die Drohne bleibt dann wohl eventuell stehen oder nicht. Wie sagt man der Drohne? Komm mal mit. Oder wenn mehr als eine Person dranhängt, verfolgt sie vielleicht niemanden. Das kann natürlich auch sein. Finde ich eine starke Nummer. Freue ich mich drauf. Was haben wir noch? Ach so, das wäre das Logo für die Drohne. Ansonsten bleibt da das unverändert. Hier ist das Logo für die ultimative Fähigkeit. Und wir wissen nun mittlerweile, seitdem das Schildkernsystem da ist und wir keine Körperschilde mehr finden können, ist die ultimative Fähigkeit von Lifeline deutlich weniger relevant geworden. Du konntest es ja wirklich so machen, wenn alle aus deinem Team ein blaues Körperschild hatten, dann musstest du zu 99% kam da ein lila Körperschild dann raus. Ich hatte schon Momente, wo gar kein Schild drin war, kurioserweise, aber es war nahezu 100%. Und hatten dann alle lila, gab es teilweise ein goldenes und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr stark. Das ist seit dem Schildkernüberarbeitungssystem nicht mehr möglich. Und deswegen ist es nicht mehr ganz so relevant. Du findest zwar trotzdem noch ganz coole Sachen drin, aber so soll das aussehen. Ähnlich wie die Gibi Bubble. Sie haut ihre Drohne wieder raus als ultimative Fähigkeit und sämtliche Gegner, die im Wirkungsbereich sind, werden aus dieser Bubble rausgedrückt, können sich nicht in dieser Bubble aufhalten. Sie ist von außen scheinbar nicht zerstörbar, wie ihr seht. Und die Gegner können da nicht rein. Ihr könnt quasi alleine da drin stehen, ob Mad Maggie, wenn das so kommt, das dann ebenfalls wie bei der Gibi Bubble kontern kann mit ihrer Wrecking Ball und das zerstören kann. Oder mit ihrer taktischen Fähigkeit, mit den Spikes. Nein, nicht Spikes, war Catalyst. Naja, dieser Fire Drill, keine Ahnung wie das Ding heißt. Ob die da irgendwie das stören kann, könnte ich mir schon vorstellen. Irgendwie muss man die Geschichte ja kontern können. Aber ich stelle mir das mit Lifeline sehr gut vor. Gerade wenn du Open Field unterwegs bist, willst du vielleicht eine Third Party vorbereiten und dann wenden sich auf einmal beide Gegnerparteien gegen dich auf einmal. Und du wolltest eigentlich pushen und haust du das Ding raus, kannst deine Teammates, wenn du ein bisschen runtergeschossen wurdest, Open Field hochheben. Du kannst hier vielleicht sogar von der Dauer her gerade so ein Phoenix-Kit reindrücken, dein komplettes Team ist wieder voll. Oder du bist einfach erfolgreich, pushst aus die Bubble raus und knallst irgendwo Open Field die Leute weg, wenn du keine Cover hast. Das stelle ich mir ultra, ultra stark vor. Das Ding kann einfach nicht zerstört werden wahrscheinlich. Du kannst einfach mal rausschießen. Ich kann das gerne nochmal anmachen. Du kannst einfach aus dieser Bubble rausschießen und kannst da echt richtig coole Sachen machen. Also Lifeline wird noch relevanter in ihrer Aufgabe als Supporter-Legende. Du kannst wirklich dein komplettes Team einfach wieder, ich sag mal von 1 HP auf 100% hoch pushen, ohne dass dir jemand da richtig auf die Nerven gehen kann. Das finde ich ultra, ultra stark und macht Lifeline extrem interessant und noch spielbarer als dieses E ist. Aber die Pickrate ist nicht ganz so hoch. Hier haben wir die angepassten Perks, die ändern sich logischerweise. Level 2 kannst du entweder den linken oder den rechten Pfad wählen. Der erste Pfad wäre eine 1,5 Sekunden längere Gleitzeit, sodass du einfach weiter fliegen kannst. Oder 20% höhere Revive-Geschwindigkeit, was auch sehr, sehr effektiv ist. Ihr seht also, die passive Fähigkeit bleibt, die standard passive Fähigkeit, die Teammates hochzuheben. In Verbindung mit dem Gliden wird das echt eine ganz gute Movement-Geschichte noch werden. Level 3 bleibt demnach unangetastet. Die Cooldown deiner Heildrohne 25% weniger. Das heißt, die Cooldown oder die Heildrohne ist verschwunden. Du kannst sofort die nächste zünden. Richtig cool. Und Self-Revive ist ebenfalls noch drin. Daran hat sich nichts geändert. Leute, Lifeline wird geil. Da bin ich überzeugt von. Wenn das wirklich so 1 zu 1 umgesetzt wird, wird Lifeline eine echt starke Legende. Finde ich, hat sie absolut verdient. Meiner Meinung nach. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wer bis jetzt dran geblieben ist, dem möchte ich nur sagen, morgen stelle ich meinen ersten eigenen Controller vor mit eigenem Logo. Ich zeige ihn kurz. Da ist er. Überraschung. Morgen gibt es das Video dazu. Habe ich eine kleine Überraschung von M-Controllers bekommen. Da habe ich mich mega, mega darüber gefreut. Leute, das war es von mir. Ich wünsche euch was hat rein. Ciao.